zu mir und mir ne ho ja dann weißt du was du ändern musst ja hab eine wo bist denn du ich kann nicht mehr rennen ich hab nur noch 2 1,5 herzen ich hab 2 herzen ich hab fleisch aber ich wills erst beraten na herzen nicht ich muss mir kurz ein furnace machen um mir kurz fleisch zu brennen da ist schon einer ich brauchst aber jetzt gleich ich kann dir ja gleich mitnehmen ja sollen wir gleich ein bett machen ich mach mal kurz ein bett dann kann ich ja schon weiter kohle fahren ja ich brauch auch was dringend also ich farm grad kohle für alle also Leute ich klatsch mal hier und mach ein bett hin dann ist egal ob ihr verreckt jetzt nimm nicht das ganze 8 fleisch für dich alleine ich muss dir erstmal da reingehen kennst du mich doch ich bin nicht gierig bin nur youtube so ich mach euch schon mal ne tru bin nur geldgeil ja genau er hat mich erkennt ach gut ich hab wieder nahrung gut passt erst mal kurz afk wichsen was habt ihr vom dorf mitgehen lassen nix weil ich hab bücher und karotten ich hatte eine karotte warte ich geb dir mal meine karotten wir können auf jeden fall anpflanzen ich hab Samen ja ich hab auch Samen nicht die zum fortpflanzen 14 Samen hab ich Holz hab ich auch schon geholt und da hinten ist ein Schweinchen soll ich es einsperren? ja das ist ein Scherz das ist ein Scherz der kommt jetzt auf mich zu der kommt auf einmal so ein Zombie und killt mich ja also das ist mir auch noch nie passiert ja ein Baby Zombie ja einfach so die sind ja immun gegen Licht ey zwei Baby Zombies wie sind die Baby Zombies immun gegen Licht? ja das zieht dir nix die sind doppelt so schnell und immun gegen Licht no they are not op hi Nils a little pit oh ich töd mal noch Schweinchen in der Nähe guten tag für die Blumen oh warte mal ich bin unser Koch äh ich hab schon welch 8 Fleisch müssten da drin sein aber es ist gut ich hab jetzt wieder volles Leben und volles Essen ich hab mir jetzt übrigens eine Karotte weniger wenn wir die Bude haben dann bin ich der Koch kannst du gern machen Wodka 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 kommt das Schein her Wär dafür dass ich mir wie wärs wenn sich jeder so ein kleines Einzelhaus baut vielleicht können wir auch machen ich hab auf jeden Fall vor was ich bin jetzt noch zu machen aber ich würde so machen dass jeder irgendwie eine bestimmte Aufgabe hat also ich geh in die Mine zum Beispiel einer macht viel alter Mini-Zombie die sind mega krank die kommen aus der Mine raus glaube ich also dass einer sich halt um Verpflegung kümmert einer um Mining und so einer um Schwerter und dieses ganze Zeug keine Ahnung naja ich würde sagen jetzt kümmern sie lieber zwei um Mining weil das ist schneller ok weil Stein ist wichtig also ich kümmere mich um Stein ich mach Landwirtschaft und so zum gegrüßt dir keiner rum wie ich ne zum gegrüßt dir keiner rum wie ich ne ich geh in die Mine und hol die wichtigen äh Rohstoffe zum gegrüßt dir keiner rum kann mir jemand kann mir jemand nochmal irgendwie zwei äh 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 ein bisschen Stein geben äh Peppi 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 ähm nimm mal kurz das Holz das ich habe und mach Zäune draus gleich äh ich kann ja nicht kommen äh ich kann ja nicht kommen äh ich kann ja nicht kommen ich hab ein Stein Haus ja ich seh dich ich bin dann ich hab nämlich ein Hühnchen wo bist du denn oh da sind noch mehr Hühnchen lass uns die Hühnchen gleich einsperren der der mit dem Stein wo ist der mit dem Stein ich bin Moment warte hier oben hier oben hier oben hi hier oben lass mal was runter danke das ist das zweckmäßigste von allem shit ich schau's mir gleich an wenn ich unten bin Peppi 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 schubs mal das Hühnchen hier rein Den nehmen wir jetzt schon ziemlich lange auf. Peppy, dreh dich jetzt fett mal um und schmeiß das Hühnchen hier rein. Und nein, es ist nicht provisorisch, falls du das denkst. Nehm mir mal ein Crafting Table mit. Hatten wir von euch schon Kohle? Ja, ich. Sehr viel. Hol die mal gleich rüber. Moment. Da. Klatsch dir in den Ofen. Wow, die Höhle ist ja schon geil. Ich hole uns gerade für Hühnerfleisch. Ja, ja, mach das, mach das, mach das. Du gehst schon in Diamantenfarm? Ja. Warum denn, Alter? Peppy ist so jemand, der will gleich so schnell wie möglich die Diamantrüstung haben. Oh Mann, das hast du. Das ist, das finde ich das Schlimmste. Nein, nein, nein. Ja, aber weißt du. Wenn nur so auf Diamanten geht und so weiter, nichts cooles. Deswegen mag ich Modpacks so, weil da ist das Ziel nicht mein Diamantenfarben, weil Diamanten dann das dümmste sind, was es gibt. Und dann dieses Stripmine, das kann ich überhaupt nicht ab. Stripmine mag ich auch nicht. Wenn du willst, kann ich dir hier eine riesige Burg hinsetzen. Das kann ich auch. Aber ich habe gerade keine Lust. Ja, weißt du, ich finde Bauen ist viel wichtiger als Diamantenfarben gehen und so. Ich finde, man muss beides gleichzeitig machen. Ähm, das blöde ist, es geht die Sonne wieder unter. Wärst du nicht glücklich, wenn wir so ein Haus bauen? Ähm, nein. Gott, ich hoffe, ich fände zurück. Dann baue ich mich jetzt mal eine Mine irgendwo hier so ein Haus, so ein kleines Dings rein. Das blöde ist jetzt viel mit Löchern. So. Na, 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 wo brauchen wir jetzt hier so ein kleines Häuschen rein? Also wir haben schon mal provisorisch Hühner. Äh, stimmt echt, es wird gerade Nacht. Legt euch alle ins Bett. Ja, ah, ah. Falls etwas ist, dass wir halt dann... Wer hat eigentlich meine Steinsachen eingesammelt? Ich? Ja, ist egal, warte mal, dann kann ich, ich mache mir gerade neu. Ich habe 20 Wolle. Nice. Ah, Skelette kämpfen ist auch schwer, immer besonders der Scheiß. Ah, weg mit der Scheiße. Bäumchen noch pflanzen. Ja, Peppy. Ich glaube mal, Alex hat ein Disconnect. Können sein. Na ja, shit happens. Na ja, da kommt bestimmt gleich wieder. Alter, hätten wir jetzt noch auf Pascal gewartet, dann wären wir jetzt immer noch nicht am Aufnehmen. Das macht niemand, sag ich dir jetzt schon. Ich sag's ja, ich sag's ja. Was haben wir keins? Äh, Jakubi hat keins. Kennt was? Bett. Alter, vier Creeper. Was sagst du? Landschaft Modeling. Das ist nix passiert. Ach stimmt, wir haben Mob-Griefing aus. Puh. Alter. Das Problem ist, die anderen wissen praktisch, wenn wir Diamanten haben, wegen den Achievements. Je nachdem. Das ist ja auch der Sinn, dass sie's wissen. Es gibt auch Möglichkeiten, Diamanten zu kriegen, ohne dass sie's wissen. Und die ist ziemlich einfach. Ah, ja? Ja. Alter, ich gammel hier draußen rum. Gap, passt auf, die anderen könnten uns zu jeder Zeit angreifen. Ja. Ja, da ist Nils. Ich hab hier grad fünf Creeper verteidigt oder so. Ich glaub, ich geh jetzt aber in die Mine rein. Ähm, leg ich noch Kohle ab. Okay, und jetzt brauch ich... Brauch ich ne Eisenspitzsacke, jetzt hab ich schon Gold gefunden. So. Da ist Peppy. Dann geh ich ne anderen Eingang. Da ist Peppy, du solltest mich gar nicht mehr sehen. Ja, ich seh deinen Namen aber. Boah, Alter, mal eigentlich Zombies, Zombieslayer 5000, Alter. What? Alter, der Zombie hat ein Diamantschwert. Nee. Der Enchantet ist Schwert. Komm, die Mama weg. Können nix. Was sagste? Zombieslayer 5000. Ja, ja. Läuft halt bei dir. So, Rainer weg. Jetzt hab ich genug Zombieslayer schon. Ja, bist du wieder da? Ja. Disconnect gehabt, ne? Nein. Ist nicht so schlimm wie Disconnect, aber mein PC dachte sich plötzlich so, nö. Lass runterfahren. Ja, genau. Einfach abschmieren. Alter, Nils, wir haben richtig Pech mit den Mobs, ne? Ich komm gleich rein. Oder, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Lass dir das Loch da werfen. Komm, die kommen da nicht mehr so schnell raus. Bleib da unten. Bleib da unten. Bleib da unten. Naja, wegen des hast du mein Ramband ein bisschen geleert. Heißt, es muss eigentlich alles besser laufen. Das ist ein Mini-Me-Zombie. So ein kleiner. Die Aufnahme tue ich mal gleich einfach neu starten. Kein Ding. Hoffentlich hat die Aufnahme halbwegs eine Speicherung gemacht. Wahrscheinlich nichts. Normalt schon. Also bei mir macht es das immer automatisch, wenn die abkackt. Ah, Boys Boston House? Natürlich. Ich sag dir eins. Ich bin der beste Hausermäuer hier. Boyer, ne? Ja. Zweifel ich an. Sagt er und nein. Sagt er und tot. Sagt er und starb beim Sturm von seinem Zwei-Meter-Haus. So. Irgendwo müssten noch Objekte vor mir liegen, glaube ich. Böner wohnen. Brauchen wir Lapis? Erst, ähm, Nils, hast du was von mir eingesammelt? Ich hab noch... Hab ich irgendwas eigentlich verpasst? Ja. Mir fehlt nämlich was. Warte, ich komme mal zu dir. Weil dann gehe ich dann auch jetzt meinen. Brauchen wir Lapis? Ein Loch? Ja, nimm einfach mit. Verzierung und so. Wer weiß, dass das nachher mit Glück ziemlich, äh, Bullshit ist. Von wegen, nimm einfach mit. Ja, ist doch egal. Hauptsache wir haben es jetzt. Ich brauche eine Kackwolle. Oh, fuck. Die kannst du füttern. Das Ding blockiert mein Haus. Achso, äh, ja, wir können das gerne umstellen. Nein, ich glaube die auch noch mal, wo du nichts bei hast. Gut, das ist toll. Heißt, ich werde neu machen müssen. Warte, machen wir einfach so. Warte, mach du das einfach. Ich gehe, glaube ich, jetzt gleich farben. Habt ihr euch auch alle ins Bett reingelegt? Ich nicht. Warte, dann mache ich jetzt nämlich noch schnell Betten. Ich komme gleich wieder rein. So, Redstone. Und statt dann dir auch noch mal neu, wurde ich anscheinend nicht gespeichert. Oh, schade. Werd aber wahrscheinlich einfach eine Einleitung machen dazu. Und, äh, spontan Einleitung. Oh. Und ich bin wieder da. Ist irgendwas gestorben? Nein. Hast du die Hühner getötet? Nein. Ach, Nils, jetzt hast du endlich deinen Fuß gehören. Du hast die Hühner ernsthaft getötet. Nein, hörst du sie nicht mehr? Bist du bekloppt? Schau. Die sind unter der Erde und einfach drinnen. Ich werde sie mir merken und später bringe ich sie woanders hin. Alter. In seinen Magen. Tierschützer gehen auf die Barrikaden. Gut, dann gehe ich mal in die Mine rein, ne? Äh. Jetzt ist ihr Licht. Mit Pickaxe sollte ich vielleicht gehen. Äh. Okay, ich darf das aufnehmen und mache eine Einleitung für später irgendwann. Nils, ich glaube, du hast, ähm, ein Ding von mir mitgenommen. Ein, ach, wie heißt das? Das, wo du Bäume schlägst. Axt. Axt. Sag nichts, sag nichts. Ich weiß es selber. Alex, fang. Ah, 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 ah. Du musst uns scheinen los, Pikachu. Ich wähle dich, Pikachu. Alex. Hey, dich habe ich aber nicht gewählt. Akatschuh. Will jemand großartig was mit Redstone machen, sonst höre ich jetzt auf, das abzubauen. Ja. Äh, Redstone ist unten, nee, unten, ich dich. Das ist meins. Was? Willst du mich rollen? Ah, du bist verreckt? Nein, ich schieb dich. Ich hasse dieses Spiel. Fängt gut an. Beste Voraussetzung, ne? Tut ihr mal schön arbeiten, ich schlafe. Weißt du, Peppy ist dieser Mongo, der findet die einfach, der hat die Nase dafür. Oh, hier ist Eisen. Oh, cool, ich habe ein Steak gefunden. Der Unterschied zwischen Peppy und mir ist, dass ich Eisen finde und er Diamanten. Muss ich sie nur noch sichern. Hast du noch keine Dings-Pick-Ax? Ja, der da. Jetzt nicht zählich. Nee, keine Eisen-Picke. Doch, doch, aber ich habe noch keinen. Monster Hunter. Ich will nicht, dass sie in Lava fallen. Try Ultimate. Ja, klar. Ich habe keine Sheepchen finden. Ich habe kein Diamanten bekommen. Diese habe ich kein Sheepchen für Diamanten bekommen. Ja, das buggt manchmal rum. Aber ich finde es besser. Oh, oh. Ungeil. 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 Hat Alex wieder sein Kostüm, Mann. Ungeil.